Zeig mir, dass du ein Make-Up-Produkt brauchst, ohne mir zu sagen, dass du ein Make-Up-Produkt brauchst. Ich glaube, wir wissen alle, dass ich auf Glitzer-Lippenstifte stehe. Ich kaufe wirklich jeden Glitzer-Lippenstift, den es ja auf dieser Welt hier gibt. Aber dieser Lipbaum hier von MAC ist anders. Okay, eigentlich weiß ich es gar nicht, weil ich ihn selber noch nicht ausprobiert habe. Und ich habe extra auf euch gewartet, damit wir ihn jetzt zusammen anschauen können. Wie kann etwas so schön sein? Bitte sagt einer von euch, was das ist. Schaut es euch einfach mal an. Was ist das? Dieser Lipbaum steht ab jetzt in meiner Lebensversicherung. Was möchte man mehr in seinem Leben als diesen Lipbaum? Schaut es euch einfach mal an. In echt sieht es einfach noch so viel krasser aus. Ich trage ihn jetzt mal auf. Das Glitzer färbt auf jeden Fall so ein bisschen ab. Ich bekomme einfach nicht genug von diesem Lipbaum. So schaut es auf den Lippen aus richtig schön. Ich finde, er eignet sich auch richtig gut für den Alltag. So geht's. So geht's.